Jo, willkommen zurück bei Siv und wir machen gerade weiter und setzten ja das Versteck der Ehrin. Und da geht es zwischendurch und da wollen wir mal drücken. Da machen wir jetzt mal drücken. Was dort im Versteck der Ehrin ist. Entdeckt oder was? Da kann ich es doch nicht sehen haben. Ich sollte nachsehen, nur um sicher zu sein. Hoffentlich klicken wir den Mistkerl. Verdammt! Der Kern ist raffiniert. Was sieht jetzt vor, bei mir wirklich selten. Ich sehe ja, ich bin ja völlig im Dunkeln. Zeig dich und erspare mir die Mühe! Nehmt was ihr wollt, aber lasst mich in Ruhe! Da liegt jemand am Boden. Hat die Woche jetzt irgendeinen abgemacht oder? Oder habt ihr mich effektiv gesehen? Oh, jetzt sind drei Stunden. Ich hab nicht die Zeit ewig zu warten. Ich hab nicht die Zeit ewig zu warten. Oh, mein Nackengeschmerzt. Schöne Müsste. Ähm... Sind da... Ah, das sind da die... Denka-Ganaten oder? Bei allen toten Göttern. Ob das macht dann kein Heiterlärm oder wir? Es hat damals noch ein bisschen da stehen, was was ist da unten. Ja, wirklich. Also, Gas-Gas-Gas-Gas-Gas-Gas-Gas-Gas. I don't know. Wenn ich nicht aufpasse, ende ich als Rattenfutter. Ah, da haben jetzt keine Gegenscheinze. Das ist derselbe Alptraum. Wo ich nicht... wo ich nicht ahne mache. Brennt doch da. Würde mich interessieren. Kommt selber. Ich speichere da mal schnell. Das nimmt mich jetzt so. Ah, nehmt mich unter. Ob es noch eine Brennung hat. Ich finde diesen verdammten Bastard. Brennt nicht. Also. Was wärs doch jetzt noch gewesen? Funktioniert also nicht. Wir können... Oh, Flasche. Ja, keine. Da hat man auch ein Doppelang. Ich muss mal rein von da. Verdammte Stadt. Jetzt probiere ich mal das. Ach du Scheisse. Was ist denn das jetzt? Hä? Normal. Sorry. Aber das müsste jetzt halt sein. Wir haben ja nicht unendliche Munition. Wir haben ja nicht unendliche Munition. Werfen. So werfen. Wer kann doch das Ding dort runter werfen. Was ist denn das? Okay. Nochmal. Ja. Vielleicht verstehe ich es eigentlich ganz mit der Granate. Wenn ich nicht aufpasse, ende ich als Rattenfutter. Ja. Da liegt da nicht. Ich bin ja ja da nicht abgemacht. Es flog ich nicht. Ob ich hier mit der Fräume irgendeine Art gekommen habe. Cool. Oh. Oh. Oh das ist ja noch ein Ditch. Scheiss. Das einzige unter Riker's Ditch sind die Knochen von Idioten wie dir. Da müsste ich irgendwo jemanden drunter runterkommen. Was ist hier los? Ist hier jemand? Entweder habe ich etwas gehört oder ich werde verrückt. Entweder habe ich etwas gehört oder ich werde verrückt. Entweder habe ich mich nicht. Äh. Das einzige unter Riker's Ditch sind die Knochen von Idioten. Ja. Abschluss. 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 Das nächste Jahr. Die Strassens sind nicht mehr sicher. Ist da hier öffentlich hinter dir durchgeschrieben und in der Decke hinter da? Das ist nicht so, wie es das bei mir ist. Die Amix! Die Amix! Ah! Beheuhe! 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 Oh, super! Ja, die Fing-Fing liegt das Ganze. Ah! Film, film, film! Hop, 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 hop! So... Taufik, examinee! Waiiii! So... ...und dann sind wir vielleicht. So! Haben wir hier ein wenig Geld gemacht. Jetzt haben wir hier... ...Listaubs. Wauwam! Ähh... ...ist du etwas oben draufschicken? Nein, da kommt nicht hin. Da kann ich da hinbeschieben. Nein, auch nicht. Da kann ich auch nicht durch. Oh! Da ist ja auch noch was. Ja, super! Ja, super! Ja, super! Oh, ich will das. Oh, ich will das. Oh! Oh! Taal so. Und ... Wir haben wobisselpen. Oh, deswegen ganz schön. So. Zeig mal her. Was haben wir da? Noch mal. Kröter und Schalter rein. Und wenn da vorn, und wenn da vorn. Das heißt, wir werden da hinten wieder verbiegen. Was für ein Scheiß drin. Was für ein Scheiß. Der Geiger Helli bleibt, und das haben wir da vorne dr62. Weil es immer öffnet den Gummi. Großen wir mir. Ich verwirr. Warte Zeiten. Also da müsste ich ja schon vor Stopp machen. Ich brauche was zu trinken. So wie hier oben läuft. Und wenn die beiden nämlich dahin stehen, dann könnte ich da etwas abends sein. Halt! Stehen bleiben! Ah Scheiße. Ich hoffe auch kein Jäger. Du willst abhauen? Vergiss es! Ich will abhauen. Das kann nicht sein. Er ist verschwunden. Den hat ein Kind. Warte. Oh Gott. Ich hab eine Familie. Du macht da doch nichts. Ja, ich mach dir ja nichts. Du musst keine Angst haben. Es ist nichts mehr volles. Vielleicht wäre der Tod eine Gnade. Ich hab nichts wertvolles. Ich lebe noch. Ich bin ein Wunder. Ihr seid krank! Wisst ihr das? Eine Leiste! Ich hab nichts wertvolles. Ich hab nichts wertvolles. Ja, jetzt können wir schnell drüber lösen. Aber es ist doch nicht. Ich habe nicht mehr zu suchen. Ich hoffe, ich werde die Tiefen kommen. Oh, da war es ja. Die Tür hast du nicht gesehen, sonst macht die Ehe. Da war eine Schlossknappe till der Åpflay ein. Danke. Nein, recht gut. Ich glaub's. Also, ich frage mich. Ich freue mich. Ich halte mich. Ich halte mich nicht. Äh! Ich bin zur Tür. Mann, so ein kleines Scheissdreckchen in die Vierschlössen. Inventar vor dem 7, ja. Was haben wir hier? Oh, da müssen wir zusammen. Da müssen wir zusammen. Ah, jetzt sind sie weg. Und all den Wandengestolpern. Warte, jetzt können wir doch mal schnell hier rein, wenn wir hier sind. Dann können wir mal schauen, was hier ist. Vielleicht gibt es nachher etwas zum holen. Klar weiss. Was ist denn da? Oh nein, da kannst du nicht mehr rein. Oh, was ist denn da? Da hat es auch müssen. Da ist einer. Oh, der verkauft etwas. Ja. Keiner sehen. Aha. Nein, verhoofd das nicht. Ich habe nichts. Ähm, ich habe nichts. Also habe ich etwas. Das ist auch nichts. Ähm... steckungs und die unterung stand der show bis als verkauft ich glaube das war es dann macht euch fahrt ich bin froh wenn das alles vorbei ist ich bin froh wenn er kommt nicht rufen er kommt da nicht rufen dann müssen wir mit der dana oh gott oh gott spiel du musst mich schießen dann mache ich mich auch schießen ohne witz ich bin froh ich bin froh ich bin froh Schnaufe Ähm... 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 Da haben wir sicher nicht in der Übrigen Also... Wir müssen hier... Mann, da ist einer sicher nicht schutzend Ich muss noch nicht in der Übrigen Klausen Dort oben habe ich doch vor wie noch... Ich habe es gesehen Die Weuchten Wir schleissen die Wände wieder Ja komm würde ich sagen Weisst du was Kannst du mich noch Ähm... Ich mache hier schnell ein Päuschen Und dann können wir zum... Zu Ergins Verstecken Also... Dankeschön Tschau